Ein Frühlingstag im idyllischen Eichach. Hier im Fahrzentrum St. Michael rauchen die Köpfe, denn die Jugendlichen der KJG Eichach planen ihr Projekt für die 72-Stunden-Aktion. Eine Rutsche für den Kindergarten soll es werden. Und jetzt ist vieles zu klären. Wer macht wann was? Wie funktioniert die Finanzierung? Woher kommt das Baumaterial? Ist ein Antrag auf Befreiung vom Schulunterricht nötig? Schließlich beginnt die Aktion am Donnerstag, den 13. Juni um 17 Uhr. Einer von ihnen hat vor ein paar Jahren schon einmal bei einer ähnlichen Aktion mitgemacht. Und kann hier seine Erfahrungen einbringen. Das war zwar sehr anstrengend. Also wir haben da das heißeste Wochenende erwischt damals, das in dem Jahr war. Und es war sauanstrengend, aber trotzdem, das war richtig toll und hat super Spaß gemacht. Und da wollen wir wieder mitmachen jetzt. Ich freue mich eigentlich am meisten darauf, mit bekannten Leuten was zu bauen oder zusammen ein Projekt zu machen. Ich finde es eigentlich toll, weil dann kann man sich im Sommer einfach mit... Weil es sind ja einfach die guten Freunde, die man hier in der Gruppe hat. Und dann kann man mit denen auch irgendwas erreichen. Mein Kindergarten, wo ich arbeite, der hat halt gesagt, wir brauchen eine Rutsche. Und dann habe ich mir überlegt, ja, dann können wir eigentlich gleich das mit der 72-Stunden-Aktion verbinden. Die Jugendgruppen leisten also ganze Arbeit und werden vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, bei der Planung unterstützt. Jugendseelsorger Pater Christoph Lenz freut sich über die rege Beteiligung. Größtenteils sind es schon klassisch die Gruppierungen der Jugendarbeit vom BDKJ, die Verbandsgruppen, KJG, DPSG, KLJB, aber auch Ministrantengruppen natürlich. Oder aber, dass sich Pfarreien gemeinsam anmelden, dass wirklich Pfarrjugend sich anmeldet. Also wo dann Ministranten und verbandliche Jugendgruppen zusammenarbeiten. Oder ökumenische Projekte, dass zum Beispiel im Lechfeld draußen eine Gruppe sich angemeldet hat, ökumenische Jugend Lechfeld. Das ist dann wirklich übergreifend. Also Jugendliche beider Konfessionen, die zusammenarbeiten. Darüber hinaus sind natürlich auch andere Gruppen eingeladen. Feuerwehrjugend, politische Jugend, gerade egal. Prioritär aber sind bis jetzt die Anmeldungen aus der katholischen Jugend. Die Fähnchen auf der Bistumskarte zeigen, wie viele Gruppen sich schon angemeldet haben. Und bis zum 13. Juni werden es sicher noch mehr. Unsere Aufgabe in der Vorbereitung ist gerade, die Projektpartner und die Gruppen mehr oder weniger zusammenzubasteln. Also wir kriegen Projekte angeboten. Zum Beispiel eine soziale Einrichtung sagt, wir würden gerne in diesen 72 Stunden mit euch zusammen die Parkanlage irgendwie schöner gestalten. Oder eine Pfarrei sagt, wir würden gerne in den 72 Stunden mit euch ein Familienfest organisieren. Und wir gucken dann, welche Gruppen haben wir, die sich angemeldet haben, die zu diesem Projekt passen. Vorausgesetzt, die Gruppe braucht überhaupt ein Projekt, weil viele Gruppen sich ja auch selber schon ein Projekt gesucht haben. Also da unterscheiden wir ja zwischen der Get-It- und der Do-It-Variante. Wer bei der 72-Stunden-Aktion noch mitmachen will, der kann sich beim BDKJ melden und mithelfen, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Die KJG Eichach hat sich für die Do-It-Variante entschieden. Sie werden eine Rutsche bauen. Sie haben noch knapp sieben Wochen Zeit und dann heißt es, packen wir es an und lasst uns Spaß dabei haben.